Die Gitarre ein bisschen leiser und dann glaube ich, ist es schon gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich noch lauter brauche oder den Klick lauter, aber erstmal nur die Gitarre leiser. Dann kannst du einfach mal einmal noch mal laufen lassen. Michael, was machst du da? Das ist morgen alles auf YouTube und Facebook, überall. Versprochen nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.